PSG-Superstar Kylian Mbappé wird den französischen Rekordmeister am Ende der Saison verlassen. Die Entscheidung, seinen Vertrag auslaufen zu lassen, habe der Angreifer der Klubführung bereits mitgeteilt, heißt es aus vereinsnahen Quellen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Diese solle folgen, sobald abschließende Details geklärt sein. Real Madrid wird als Favorit auf die ablösefreie Verpflichtung Mbappés gehandelt. In den letzten Jahren bemühte sich Real mehrfach um den Angreifer und war Gerüchten zufolge im Sommer 2021 sogar bereit, eine Ablösesumme von 200 Millionen Euro zu zahlen.